Okay, ciao. Musst du warten. Auf was? Türverordnung. Ah. Hinter uns ist eine Schlange. Auf jeden Fall 40. Ich schalte jetzt gleich in ein Limon, keine Angst. Ich glaube, ein Ding schaut jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie der auch nicht hinter uns nachkommt. Ich muss auch 55b sagen. So schnell sind wir auf 110. Mehr geht nicht. Warte noch. Jetzt kommt gleich die Insel, wo wir um die Kurve prässt. Nein, macht man nicht. Was war die Sektorzeit? Ich hasse dich. So schnell hin-k EQ! Ja, das hätte München sein! Scheine. Hallig-Kong-Das! Vielen Dank.